Herzlich Willkommen. Sie werden schnellstmöglich mit einem freien Mitarbeiter verbunden. 0, 4, 8, 4, 1, ja? Ja, 6, 9, 4. 6, 9, 4, ja? 3, 4, 9, 2. 3, 4, 9, 2? Ja. Okay, rate ich Dalasim? Ja, genau, Dalasim. Hallo? So, okay, super, ja, genau, in Ziegendorf wohnen Sie, oder? Ja, richtig, Ziegendorf, genau. Ja. Okay, super. Sind Sie auch bei W-Mark, oder haben Sie dort schon gewechselt? Wir sind noch bei Stadtwerken. Bei Stadtwerken, okay. Ja. Wie viel zahlen Sie denn für Strom jeden Monat, Herr Dalasim? Oh, was zahlen wir? Ich glaube so circa 50 Euro, ungefähr. 50, okay. So ungefähr. Wie viele Personen leben Sie zu Hause? Wir sind drei. Drei Personen, okay. Zwei Erwachsene, ein Kind wahrscheinlich, oder? Äh, ne, ich und meine zwei Homie. Achso, okay. Ja. Okay, so. Haben Sie auch Gas oder nur Strom, Herr Dalasim? Oh mein Gott, äh, warte mal, kann man das, äh, warte mal, ich glaube, wir, ne, wir haben Gas, weil wir hatte mal Gasläge bei Herd, große Feuerwehr, ja, das war wegen der Gas, ja. Gas haben Sie auch. Ja, aber ist nicht schlimm, wenn wir schon mal Gassaden gehabt haben, oder? Nein, 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 Quatsch. Kann nur mal jedem passieren. Ja, das war nach großer Party alles kaputt und, oh. Achso, okay, ja. Das kann natürlich mal passieren. Ja, natürlich. Das Leben muss man Party machen. Genau, genau. Ja, richtig. Okay. So, also Strom war 50. Wissen Sie auch, wie viel Sie für Gas zahlen, oder haben Sie schon Abrechnung bekommen, Herr Dalasim? Äh, ich muss mal meinen Kumpel fragen, weil der mal die ganze Papierkram. Vielleicht kann der das wissen. Einen Moment bitte. Okay. Okay, da fragt, okay, kein Moment. Dimitri, was zahlen wir für Gasen beim Monat? Also, wir sind gekommen. Ja, wegen Gas. Was zahlen wir für Gas? Ja, okay. Der sagt 30 Euro. 30 Euro? Für Gas? Ja, für Gas. Okay, 30 für Gas. Okay, so, dann super, ich guck hier nach. Das ist richtig. So, 30 Euro. Da sind knapp 8000 Kilowatt bei Gas, was sie bekommen haben. Ja, ist das... Bei Gas sind Sie auch bei Stadtwerke? Ist das schlimm, 8000? Nein, nein, das ist normal. Ist das normal? Okay. Genau, das ist normal. Das ist kein Problem. Das ist normal für Gas. Ja. Und für drei Personen. Ja. Aber bei welchem Anbieter waren Sie denn? Bei Stadtwerke? Stadtwerke, ja. Stadtwerke, Ziegendorf. Ziegendorf. So, Stadtwerke, Ziegendorf. So, dann schau ich hier mal nach. Bei Stadtwerke, Ziegendorf schau ich hier... So. Sind Sie schon mal bei Ziegendorf gewesen? Nein, leider nicht. Stadtwerke, Ziegendorf, nein. Wissen Sie, warum heißt das Ziegendorf? Nein. Weil hier leben mehr... Ja, warum heißt das Ziegendorf? Also, weil da ganz viele Ziegen lieben? Ja, richtig, weil da leben mehr Ziegen als Menschen und darum, die das Ziegendorf in Ordnung machen. Das ist so wunderbar. Ziegen... Das Ziegendorf darf ich nicht haben von meinen Eltern aus. Ja, aber das ist voll Tierquälung. Sie können nicht ein einzelnes Rudeltier zu Hause nehmen. Ach so, nein, nein. So, wir haben zwei Hasen in einem Käfig drin. Aber halt nur als Tier, meinte ich. Ja. Also nur Hasen zu Hause. Kein anderes Haustier. Ach so, aber zwei Stück. Genau, genau. Zwei Stück in einem Käfig. Ja, sehr gut. Sonst hätte ich jetzt Polizei anrufen, weil sowas kann man nicht machen. Genau, das ist Tierquälerei. Da haben Sie vollkommen recht. Ja, das ist ja schlimm. Als erstes einen und dann habe ich meinen Eltern gesagt, das kann man doch nicht so machen. Wir brauchen noch... Und dann haben die noch einen zweiten geholt. Ja, das ist ja sehr gut. Ich glaube, ein Meerschweinchen zuckt zu Hause. Wenn Sie mal möchten ein Meerschweinchen haben, dann können Sie bei mir anrufen. Oh, Meerschweinchen wollte ich auch schon immer haben. Oder ich wollte mal die Schlange haben, nur meine Mama hat das mir nicht erlaubt. Ja, Schlange ist ein bisschen schwierig mit den Haltungen. Haben Sie eine große Wohnung? Nein, leider nicht. Deswegen ja. Ja, genau. Sollen wir mal Termin machen, wenn wir mehr Schweinchen, dass Sie vielleicht mal gucken können? Also jetzt, ich werde bald, ähm, meine Mutter wird die Haustiere bald wegschaffen, weil sie hat Allergie bekommen. Oh nein. Wegen Haare, genau. Deswegen müssen wir die Tierchen langsam weggeben. Aber ich habe neun Jahre auf meinen Hasen aufgepasst, auf die Hasen. Neun Jahre. Ja, das ist sehr gut. Möchten Sie dann, also möchten Sie, wir haben nackte Mull? Möchten Sie einen nackten Mull haben? Oh nein, das brauche ich nicht. Die mag ich nicht. Oh, schade. Weil, das sind auch sehr, sehr nahverwandt mit den Meerschweinchen, den Eikörnchen und den Hasen. Genau, genau. Und vielleicht können Sie dann eine Adoptierung machen. Darf ich leider nicht. Soll ich Ihnen Fotos schicken? Können Sie mir E-Mail geben? Brauche ich nicht, weil ich weiß, ich darf das sowieso nicht. Ich mag die Tiere nicht, diese nackten Dinger da. Ja, das ist meine. Kann man ihr anmalen. Ne, brauche ich nicht. Sie hören sich so jung an. Wie jung sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin noch 21. No, ich hätte jetzt noch jünger gesagt. Dann sehr gut. Ich bin 21, ich werde bald 22. Alles klar. Und dann, wenn Sie mal eine eigene Wohnung haben, dann werden wir bei Sie ein Meerschweinchenparadies aufbauen. Genau. So, ich habe hier gerade nachgeschaut. Sie haben hier bei Stadtwerke, bei Strom haben Sie 1800 Kilowatt bekommen. Ja. Und bei Gas waren das ja 8000. Ja. So, und bei Strom, so, schaue ich hier nochmal nach. Oh, ja. Gibt es, kann man, wenn Sie 8000, kann man da Mengenrabatt kriegen? Also Sie bekommen einen Wechselbonus von 50 Euro für Strom und für Gas. Jeweils? Für beide? Ja. Sehr gut. Ja, einmal für Strom 50, einmal für Gas 50. Also 100 Euro Wechselbonus. Ja, können wir 60 machen? Jeweils? Ne, das kann ich leider nicht machen. Ein bisschen Handeln machen. So, Sie sparen, Herr Dyson, Sie sparen 19 Euro im Monat und im ganzen Jahr sind das 228 Euro, was Sie sparen. Ja. Plus 100 Euro Wechselbonus sind 328 Euro. Oh mein Gott, ist das jetzt nur für Strom oder auch für die Gasheizung? Auch für Gas. Das ist sehr gut. Das ist super geile Sache. Auf jeden Fall schon mal ganz günstig. Ist das Gas von Erden oder von Wüsten? Kommt das aus Iran? Erdgas. Erdgas. Ist das von Pakistan? Ne, das Gas ist nun mal Erdgas aus Deutschland. Ja, deutscher Erdgas ist sehr gut, weil ich dachte, weil das ist so billig, nicht, dass das dann ist von Nordkorea oder Pakistan. Ah so, nein, Quatsch, Quatsch, das ist alles aus Deutschland. Alles, und ist jetzt Ökogas oder Elektrostrom? Ist Ökogas, also Erdgas, genau, und Ökostrom. Genau. Ist das aber nicht Gas von Fracking machen oder von normal? Also, das ist normales Erdgas. Okay, ich will nur wissen, weil wir die Amerikaner, die haben dort das Fracking machen. Und jetzt überall den Hasen sterben. So, bei welchem Anbieter sind Sie denn, Herr Dalsin? Sind Sie bei Wemag? Ja, denn Wemag ist hier mit Stadtwerken, die haben da Auftrag gemacht. Also Wemag ist richtig, ne? Wemag ist hier den Stationary Versorging, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Genau. Okay, und bei Gas sind Sie auch bei Wemag, ist auch richtig. Oder sind Sie doch bei E.ON? Keine Ahnung, soll ich Sie mal die Dimitri geben? Weil ich hab von Jokers sagen, keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man Meerschwein gezübt hat. Ja, okay. Geben Sie mir mal weiter. Was willst du mit Strom machen, Marc? Hallo, wer ist da? Ja, hallo, einen frohlichen guten Tag. Ich bin die Frau Stadler von Stromberatung. Ja, hallo. Was geht ab? Vanilla Backe. Hallo. Sind Sie, ja, sind Sie bei Gas, bei E.ON oder sind Sie bei Wemag? E.ON. Bei E.ON ist richtig, ne? Hat er das nicht gewusst? Nein, hat er nicht. Lass, geh die Küche sauber machen. Jetzt musst du weitermachen. Geil, haben Sie mich von meiner Arbeit befreit. Geile Scheiß. Jetzt brauchst du nicht zu gucken. Geh die Küche putzen. Dabei. Und nimm dein Meerschweinchen von Küchenplatte runter. So, Entschuldigung. Können wir das machen? Der soll das nicht haben. Können wir das so machen? Um Ihnen die Papiere? Dass der das nicht mitkriegt. Können wir das machen? Dass ich kann ihm sagen, dass das doch nicht geht. Und dann ich das Geld bekomme? Das wird auf Ihr Konto überwiesen. Geil, geil. Geil, habe ich 100 Euro bekommen. Blöd. Dann darf ich Sie aber auf ein Trink einladen. Können wir ein bisschen Party machen. Genau, genau. Dann machen wir Party. Wo ist euer Callcenter? Blöd, wo seid ihr? Wir sind in Berlin. In Berlin? Wo, welche Stadt? Ja. Welche Stadtteilung? Ich, also, wir sind, also ich bin neu nach Berlin gezogen, deswegen kenne ich mich nicht wirklich aus, aber wir sind in Berlin. Ja, du bist in Kreuzberg? Ja, ich glaube schon. Da irgendwo musste ich sein, ja. Ja, ist das, wo so viele komische Menschen laufen, dann bist du in Kreuzberg. Oder bei Regierungsvierteln, beides komisch. Was heißt komische Menschen? Ja, so mit Anzug und Akzentasche, also Politikwichser. Das sind doch keine komischen Menschen, das sind doch ganz normale Menschen. Findest du normal, dass die überall Scheiße machen? Nee, also um Ihnen hier die Papiere nach Hause zu schicken, brauche ich Ihre Mithilfe. Ich brauche Zehnernummer für Strom und Gas. Das ist sehr gute Frage. Das weiß ich nicht. Warte. Ich werde gerade mal, gerade ein paar Cock... Wenn Sie Abrechnung haben... Ja, warte, ich habe gerade Cocktail machen, ich muss mal einen Schluck trinken, muss probieren. Möchtest du Tequila Sunrise haben? Nein, danke, ich trinke keinen Alkohol. Warum nicht? Brauche ich nicht. Wie, brauche ich... Ich kann auch so Spaß haben. Ja, aber damit ist viel besser. Big Dick Dimitri weiß, wie man Party macht. Nein, nein, ich kann auch ohne Alkohol Party machen. Das hast du schon mal mit Alkohol probiert? Nein, ich habe noch nie getrunken. Blöööö, du hast voll die Leben verpasst. Das ist wie Ausbildung und Schule, du musst das gemacht haben. Das können wir nicht. Ich gebe dir Gutschein für meine Bar. Das geht nicht. Das kannst du nicht so was machen. Doch, also ich habe noch nie getrunken. Brauche ich auch nicht. Will ich auch nicht. Du kriegst, äh, kriegst, äh, kennst du Krabbensaft? Ist ganz hochprozentig. Nein, brauche ich auch nicht. Oder wir machen Meerschweinchen bei Mixen. Das hat kein Alkoholik. Ich brauche gar nichts. Oh, aber ich brauche Strom. Strom braucht jeder. Deswegen brauche ich einmal Zählernummer von Ihnen, damit ich ihn alle schicken kann nach Hause. Ja, Kunde oder Zahlennummer? Zählernummer. Nicht Kunde Nummer, Zählernummer. Ja, ja, das ist 3-0. Ja. Dann den 2. Ja. Dann 4 mal den 5. 1, 2, 3, 4, ja. 7, 2, 5, 4, 1. Okay, und dann das gleiche für Gas nochmal. Also Zählernummer für Gas. Das gleiche für Gas. Jetzt warte mal. Das steht hier nicht bei Unterlagen. Warte mal. Und in Unterlagen muss das aber stehen? Ja, warte mal. Ich habe hier Blatt für Strom. Ich muss Blatt für Gas finden. Okay, kein Problem. Wie bist du da? Wo ist das denn hin? Ich hasse es. Ich hasse. Wir haben Gas Schatten haben. Jetzt ist überall Chaos kaputt. Alles Scheiße. Oh, blöd. Ich glaube, das ist das. Kannst du aufschreiben? Ja. 1, 1, 0. Ja. Wie Polizei. 9, 0, 0. Wie Gay Club. Ja. Und 4, 6, 7, wie die Nummer von McDonald's. 4, 6, 7. Okay. Bist du schon mal bei Gay Club gewesen? Nee. Okay. Du hast noch nicht viel gemacht bei deinem Leben. Was ist da los? Nee. Bist du eingesperrt bei Callcenter? Darfst du nicht rausgehen? Nein. Ich bin glücklich so. Ich brauche nichts. Schlag zweimal mit die Hörer auf den Tisch, wenn wir sollen Polizei rufen, weil bist du Geisel. Sollen wir Hilfe schicken? Ich rufe Präsident Putin. Wir werden kommen. Wir haben Berlin schon mal übernommen. Alles ist gut. Ich bin ganz glücklich. Was stand dann vor der Zählernummer bei Gas? Was stand da denn? Da stand Zählernummer. Stand Zählernummer vor, oder? Ja, richtig. Okay, super. Wer ist dann bei euch Anschlussinhaber? Welcher Name steht auf Rechnung drauf? Auf der Rechnung. Da ist hier von Herrn Maulwurf. Wer steht, welcher Name steht da drauf? Maulwurf. Das ist der andere, der hier wohnt. Wir machen für ihn den Haushalt. Wie heißt der? Maulwurf, wie ein Tier. Und mit Nachnamen? Nee, das ist der Nachname. Glaubst du, jemand heißt Maulwurf mit Wortnamen? Blöd. Ja, alles klar. Du sagst jetzt zu mir Maulwurf, ich sage zu dir Meerschweinchen. Ist das in Ordnung? Hans Maulwurf. Ja, sag mal, sag mal, wer heißt der denn mit Vorname? Hans Maulwurf? Ja, richtig. So, du meinst mal bitte? Ja, bitte. Du meinst mal kein Problem, du. So, okay, bin ich schon wieder. Wunderbar, was war los? Haben die dich wieder als Geisel genommen? Nein, Quatsch. Gut, gut, gut. Ich habe nur was. Wann hat denn der Herr Maulwurf Geburtstag? Soll ich dir den geben? Ja, wann hat der denn Geburtstag? Gib mal. Am 1.4.45. 1.4.45, okay. Wohnen Sie auf Hauptstraße 71? Ja, richtig. Ist richtig. Okay. So, in Ziegendorf. Ja, bitte? Ja, musst du mit Maulwurf reden, weil der ist Chef und Vertrag. Okay, dann gib mal den Herrn Maulwurf. Ne, nur Maulwurf. Du musst ihm sagen, hallo Maulwurf, wie geht's dir? Warte mal. Herr Maulwurf, können Sie bitte erzählen, wegen der Geldsparen, was der Kaderat hier schon erzählt. Bring ihn einen Moment. Ja, Maulwurf, guten Tag. Herr Lein, voll dich und guten Tag. Hier ist die Frau Stadler am Apparat von der Stromberatung. Wie bitte? Ich bin von der Stromberatung, Herr Maulwurf. Von der Krankenkasse? Von der Stromberatung. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Einen Moment mal, bitte, Herr Maulwurf. Ja. So, Herr Maulwurf, es geht um Ihren Stromtarif, damit Sie weniger zahlen. Herr Maulwurf, ich habe das den Kollegen zu Hause auch schon erklärt, die bei Ihnen sind. Ja, das sind meine Haushälter. Was haben die gemacht? Sie haben gar nichts gemacht. Nur wir haben den günstigsten Anbieter für Sie rausgesucht, Herr Maulwurf, damit Sie weniger zahlen für Strom und für Gas. Wie bitte? Ich habe den günstigsten Anbieter für Sie rausgesucht, Herr Maulwurf, damit Sie weniger zahlen für Strom und für Gas. Und wer von den beiden muss das bezahlen? Oh, das weiß ich nicht. Das wird dann normal gemacht, wie wer das auch früher gemacht hat. Es wird weiterhin so ablaufen. Ja, dann muss ich das ja machen. Aber das wird weniger werden. Ja, das wird weniger werden, Herr Maulwurf. Wie viel weniger wird das denn werden? 19 Euro im Monat, Herr Maulwurf. Wie bitte? 19 Euro im Monat und im ganzen Jahr 228 Euro. Das ist ja großartig. Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz viel Menge Geld, Herr Maulwurf. Da haben Sie recht. Wie kommt das zustande, bitte? Das ist doch gerade erst wieder teurer geworden. Genau, genau. Und genau, damit Sie nicht davon betroffen sind, nicht, dass Sie jetzt mehr zahlen, ist das extra günstiger für Sie. Ja. Vielleicht, Herr Maulwurf, weil wir auch mit Sonderkonditionen arbeiten, damit Sie ganz günstig sind. Ja, ist das Strom aus dem Ausland? Nein, nein, das ist Strom aus Deutschland. Das ist ja wunderbar. Möchten Sie auch ein Stück mehr Schweinchen? Nein, danke. Brauche ich nicht. In Ordnung. So können Sie mir die Kollegin wieder mal geben? Welchen möchten Sie... Herr Maulwurf? Welchen möchten Sie... Mit dem ich gerade eben gesprochen habe. Ich weiß nicht, irgendeinen. Ja, welcher von den vielen. Sie können sich das ja aussuchen. Mit dem ich gerade eben gesprochen habe, bevor ich mit Ihnen gesprochen habe. Mein Gedächt... Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut. Egal, kein Problem. Ja, aber ich guck mal. Warten Sie mal. Gib mir mal. Geben Sie mir einfach irgendeinen. Irgendeinen? Geben Sie mir einfach irgendeinen. Ja, irgendeinen. Kein Problem. Kannst du mal mit der Frau reden? Ja, grüß Sie mal. Wer ist denn da bitte? Ja, bitte? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hier ist Grindelwald. Können Sie Englisch? Ja, sicherlich. Sicherlich? Okay, dann habe ich hier einen Kollegen, der kann Englisch. Vielleicht können Sie ja besser sprechen, ja? Ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Warum wollen Sie mit mir auf Englisch reden? Ich bin Schweizer. Ja, sag mal. Hallo? Ja, grüß Sie. Ah, äh, sprechen Sie noch Englisch? Ja, wir können auch auf Englisch reden. Das ist in Ordnung. Also, Herr Maulwurf, sind Sie richtig? Ja, mein Name ist Grindelwald. Grindelwald? Ja, und jetzt Sie möchten mit mir auf Englisch reden. Yes, we can do it, if you prefer. What would you like to tell me? Hallo, Sir, are you still there? Ja, ja, ich bin noch da. Parlez-vous Francais? Nein, Französisch kann ich leider nicht. Also, ich habe mich damals abgebrochen. Ja, das ist ja, aber Sie möchten dann mit mir auf Englisch sprechen, oder möchten Sie den Russen haben? Ja, also, mein Kollege meinte, Sie können Englisch nur, da bin ich hergekommen. Ja, warten Sie mal, dann werde ich Ihnen mal kurz, komm mal, der hat ja vorher mit dem anderen Kollegen gesprochen, und dann bin ich da drangekommen, weil der das nicht so gut verstanden hat. Ja, dann geben Sie mal den Kollegen. Ja, sicherlich auch, einen Moment bitte. Ja, ja, hallo, das ist Rakisch. Wie kann ich dir heute helfen, Sir? Hallo, ich bin Mr. Rakisch. Ja, ich bin. Wie bist du? Ja, mein Name ist Georg Steinhardt. Georg Steinhardt. So, mein Kollege... Like, like the German General Steiner? No, Steinhardt. Oh, okay, sorry. Hart wie der... No problem. So, um, my colleague talked with you about electric and gas, and the, um, it's on the name of Mr. Maulwurf, right? Exactly. Okay, and what's the problem? There's no problem at all, she didn't understand me. What did you try to say? I tried to say that it's a very goat, very goat, do you know goat? Goat? Goat. Oh, what's that? My English isn't that good. Oh, um, uh, McDon, uh, do you speak Russian? No, I don't speak Russian, bro. What else do you speak? I only speak German or English. German or English. Do you speak Turkish? Turkish, no. Okay. I thought I heard some Turkish people in the background. That's my colleagues. Ah, so, all right. We have two Turkish people here. Two Turkish people? How many people are you in the call center? Ten or something, I don't know. Ten, ten people? Yeah, ten. Oh my god, do you have, like, a small computer place or do you have big, big office? It's a small place. Yes, it is. Oh my god. You should call the police then. Maybe they can help you. Why the police? Yes, when they held you hostage, that's not okay. You need a good space, you need fruit and vegetables, fresh water, fresh air, some guinea pig. Okay, whatever, so, um, yes. What did you understand, what my colleague tried to say? Yes, she told me about, uh, Mr. Mautwolf and I didn't understand, uh, what she was talking about. So, uh, we are calling from the electricity company and we just want to help you to reduce your electric cost. Okay. And, um, she did everything, yeah, she did, the, the, yeah, come down, come down to it slowly, slowly. Yeah, okay. Yes. So, we take your counter numbers, everything, um, it's on Mr. Mautwolf's name, the street address. What's, what's counter numbers? No, counter number, cellar number. Counter, at the counter, okay, very good. Yeah. So, are you, are you, are you, are you the manager? No, I am not the manager. Yes, what are you then? Are you just, are you the trainer? I'm just the one in employment here, the colleague. Ah, so you're helping out. But my manager, my manager can speak English too. He can or he can't? She can. She can. Oh, can I talk to the lady? Yeah, no problem, wait, wait a moment. All right. Mr. Rakesh? Yes. She's speaking with another, um, how you call it? A customer. Another customer, right. We will call you back in 10 minutes or something, huh? There's no need for it. I just wanted to say hello. You can continue with whatever you are trying to tell me. Because I have to talk to a customer, that's why. Yes, but we can, uh, whatever you want to do, we can proceed. You said we can save the money. I mean, you can save money. Yes. How much money do we save right here? And is her Maulwurf right there? Can I speak to her Maulwurf? Yes, of course, it's no problem. One minute please. Can you give him? Yeah. Yeah. Mr. Maulwurf, what's going on? schon wieder. Herr Maulwurf, wie schön, dass Sie persönlich erreichen. Ja. Es geht ja hier um meine, also, meine Kollegin hat ja gerade mit Ihnen gesprochen und alle Daten aufgenommen gehabt. Sie hat jetzt schon mehrmals mit jedem von meinen Haushältern hier gesprochen. Und ich verstehe überhaupt nicht mehr, was jetzt hier überhaupt passiert. Das ist für mein altes Herz viel zu viel. Ja, okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Maulwurf für den Zutat, ja. Was möchten Sie denn jetzt mit dem Machen? Können wir das bitte? Ach, das ist nichts Wichtiges. Ja, natürlich, wenn wir da Geld sparen können, ist das doch wichtig. Aber warum müssen Sie da mit den Leuten auf Englisch reden, wenn wir das machen können? Ähm, wie auch immer, Herr Maulwurf, also, wie gesagt, es geht ja hier, die zahlen ja für Strom 50 und, äh, Gas 30, richtig? Ja, das ist richtig. So, und meine Kollegin hat ja für Sie die PSD herausgesucht, wo Sie für Strom dann nur noch die 40 zahlen würden und für Gas noch die 21. Heißt, dass Sie im Monat, äh, die 19 Euro für Strom und Gas einsparen. Ja, das ist richtig. Und auf das Jahr hochgerechnet würden Sie 228 Euro sparen. Ja. Dazu kriegen Sie auch noch einen Wechselbonus von 100 Euro für Strom und Gas, jeweils 50. Mit dem zusammen sparen Sie 328 Euro im Jahr? Ja. Okay. So, und, ähm, Sie sind ja Hans, Herr Hans, äh, Maulwurf, am, geboren am 1.4.1945, richtig? Ja, richtig. Super. Und, äh, Wohnhausen sind in der Hauptstraße 71, äh, 19372 Ziegendorf, richtig? Ja, das ist in, das ist korrekt. So, das haben wir auch. Und bei Ihrem jetzigen Anbieter, bei der, sind Sie noch bei der WMAG? Ich glaube schon, ja. Okay, super. Ja, wenn die Leute da mit dem Party machen. Ja, wie auch immer, also, abgebucht wird es am 15. in der Mitte, richtig? In der Mitte vom 15. meistens so zwischen 11 und 13 Uhr. Okay, und, ich rufe hier auf den Festnetzern, haben Sie eine Handynummer? Nein, das ist mir jetzt alles zu unhandlich. Haben Sie die E-Mail-Adresse? Das ist Hans Maulwurf, zusammengeschrieben, 1945, adgemeil.com. Ja, das haben wir auch. Okay, und, ähm, für die Abbuchungen, dafür bräuchte ich entweder die Kontonummer, Bankreter oder die IBAN-Nummer, Herr Maulwurf. Ja, was brauchen Sie dafür? Entweder die IBAN-Nummer oder die Kontonummer, Bankleitzahl. Was ist für Sie denn einfacher? Ja, was ist für Sie einfacher? Ja, ich richte mich ja nach Ihnen. Das ist, bei uns ist in der Erziehung noch Wert auf gutes Benehmen gelegt worden. Ja, die IBAN-Nummer reicht mir. Ja, dann, äh, muss ich mal kurz schauen, wo ich mein Portemonnaie hin habe. Schauen Sie mal kurz nach. Und wann wird das dann passieren? Ob was passieren wird? Der Wechsel? Ja. Das steht dann alles, äh, in den Unterlagen drin, äh, wann der nächstmöglichste Lieferbeginn, äh, ist. Ja, und ich muss das dann, aber erst bezahlen, wenn das geliefert wird. Oder ist das dann im Voraus von Ihnen? Nein, nein, erst wenn der Lieferbeginn, äh, stattfindet. Hallo? Ja? Was are you trying to sell to Mr. Moalman? What I'm trying to sell is, electric and gas, for a better price. Yes, okay, can I have it for my family too? I mean, if you give me your number, we can call you on your phone, sometime later, and we can do it for you, ähm, flat too. Can you, can you, can you do, äh, the writing? Which writing? Yes, my, äh, name, address, account number. Hey, do you have your, äh, serial number right there? Äh, I don't have it, but you need my contact detail. Yeah, can you give me your phone number, so I can call you? And, like, do you, do you, do, do you do e-mail? I can't, uh, send you anything per e-mail, I have to call you. No, you have to call me, that's very unfortunate. So, can you write down my name? Yeah, äh, Dalsim Rakesh, right? Exactly right, can you do the spelling, so it's correct, written down? D-H-A-L-S-I-M, Dalsim. Yes, exactly. Rakesh, R-A-K-E-S-H. What's K? K, like... Exactly, K like the camel, order? Yeah, like candle. Candle? No, it's not candle, it's, uh, K like, uh, like Kentucky. Right, K like Kentucky. Exactly, and it's, uh, do you write down Siegenweg? What? Siegenweg. What's that? That's my address. Ach so, yeah. Uh, 72. Yeah. And it's also Siegendorf. Okay. And, uh, you can, uh, if we have, like, same, uh, same spending as the Maulworth, can we save the same money? I mean, if you, um... If you're near us, we will do deal, we have a big family, you give me the money, you give me the money from Maulworth and we will do contract with you. Oh, I mean, you would also get 50 euros. Yes, can I get his 50 euros as well? No, no, you get your own 50 euros. Yes, but you can't have enough 50 euros. I can't give you the one from, um, Maulworth. Oh, you can do it. Because it's... But I can't give you two. You can do it. Can I speak to the manager? I have to look if she's still busy. Oh, okay. Hello? Hello? Oh, jetzt auflegen. Endlich. Endlich! Die Geduldsprobe gewonnen. Motherfucker.